hey hallo ist gut jetzt hier mit der ding wieder rein ja ich habe beißen dabei abgebaut ich renne zurück aber vorne bei uns ist auch noch ein dorf ich bin tot ja du solltest vielleicht auf deine lebensanzeige aufpassen ja und ich bin umgefahren weil ich zu weit vom haus weg war ich habe zumindest meine sachen mit muss ich so weit daraus ran ja moment du kommst bitte erstmal mit zum haus das ist das hier wird gleich wo wirst du ja alles gut ich habe schon noch mehr kommt warum habe ich jetzt richtig das drin und du hast mich noch nicht mal getroffen das sind ja du hast es mich getroffen ich bin auch bald feuerabend wir können ja noch den morgen weitermachen ja je nachdem ob meine gruppe und dann ist so nicht das ist ja nicht schlimm selbst wenn die folgen nicht getroffen nicht so na baby wir fahren gleich ins bettchen jetzt schon mal anstellen er hat ein leder würde so rum dabei weil ich mir dann auch noch mal ja hier liegt schon mal ein bisschen große fit da so neben den da ist es etwas es wird doch ein bisschen kalt aber es ist kalt auch mein gott städtischen son so ja jetzt machen zurück ja ich muss auch noch ein bambi über der tür hängen das ist natürlich auch sinnvoller wenn du mit einer waffe angreifst und nicht unbedingt mit magst so nur knüppel in der hand wird das schon einfacher ja ja hallo ja hallo moin krokodilotten ja drei krokodile ne der wolfie ist tot aber du hast jetzt drei ledertaschen hinter dir ja ich weiß dass ich hübsch bin aber so beliebt so will ich das jetzt auch nicht mehr ja nou ja 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 Ja, die ziehen ja schon wieder alleine. Du bringst schon das nächste Mal wieder mit. Ich hätte aber auch geile Arsch in der Hose. Ja, ich renne hier mit meinem Röckchen rum. Ja, weil der untersteht bei deinem Charakter Baum ist unten. So, ich sehe deine Kiste schwimmen, die ist meine. Ja, aber was willst du eigentlich jetzt von mir? Oh, da sind ein paar Leute, ne? Und eine Ledertasche, die man antragen will, das ist nicht so günstig. Alter, hier laufen noch irgendwelche Viecher, irgendwelche Typen rum. Alter, wie verarsch' ich nicht? Na wo? Die Kisten, die schöne Kisten sind und so, oder? Ja, ja, die brauchen wir. Ja, ich brauche die Schaufel, wenn da irgendwann eins drin ist. Die sammle ich mir aber nur vorweise ein. Ich geh ja schon hin, ich hab doch nächstes Mal, ich kann ja eh grad nichts machen, aber damals. Ich geh mal zurück, als ich kann die nicht zusammen. Ja, aber die Nachschubmaterialien bitte nicht auspacken. Ich nehme mir die Kisten. Ich nehme mir die Kisten, ich nehme mir die Kisten. Ich nehme mir die Kisten, ich nehme mir die Kisten, ich nehme mir das mal mit auf, oder? Ja, die Kisten hast du mir nur aufnehmen. Oh. Ich habe eine alte Schriftrolle gefunden. Finde ich hier wo mein Zeugs oder so? Wie fühle ich das, ne? Ähm, da wo du gestorben bist. Nur Verweise ist es auf der Karte markiert. Ja, ey, rett doch nicht zu zweit auf mich los. Hab zu liegen. Ja, jetzt wollte ich, ich habe hier ja welche Typen rundherum ran. Ja, ich auch. Zwei Stück. Ich habe drei. Jetzt habe ich keinen mehr. Tschüss. Hast du alle Kisten eingesammelt? Ich weiß nicht, wie viel da rumschwammt. Ah, ich habe alles. Hier ist alles. Neh mal mit. Zwei waren es. Danke. Ja, ich brauche halt die Schaufel, die eventuell da drin ist. Oh, ich bin voll, dass ich meine, das ist jetzt gerade. Ja, war ich auch gerade. Ich muss jetzt auch was ablegen. Aber ich habe was für dich. Oh, es steht ein R hier so rum. Ich muss hier wissen, dass ich es gerade entlegen. Was hast du jetzt hingelegt? Guck, was du brauchst. Oh, bist du denn? Hier, hinter. Hinten, hinter den komischen Scheltern. Wurich gestorben bin ich mehr oder weniger auch. Guck mal da durch, was du brauchst. Ich wusste jetzt, kannst du ablegen. Ja, gut, die Münzen vielleicht eventuell. Ja, nehm mit, alles gut. Der ist extrem schon leer. Ja, du solltest dich aber nachher abbauen, sonst hast du dauerhaft deinen... ...Gedöns da bei dir rumstellen. Ja, ab heute muss er genau. Kannst du auch hacken, also ist egal, eigentlich. Guck mal, es ist jetzt sogar das gleiche. Okay. Was ist los, Katze? Ich bin mit den Armen. Wir sahen ab als Bein dran, wie auch immer. So. Aber ich habe gut Eisen gefunden. Und eine Ledertasche. Hm. Obwohl, noch hat sie mich nicht gesehen. Jetzt hat sie mich gesehen. Jetzt brauche ich noch zwei Leichen. Ja, aber praktisch, wenn wir uns dann zu Hause treffen. Ich bin dann mal auf dem Rückweg. Hm. Ja, ich mache jetzt hier kurz noch das... Ja, die Nachschubmaterialien hast du nicht ausgepackt, ne? Ich habe nur die Kisten eingesammelt. Ich habe nichts ausgepackt. Nein. Ein Königreich für eine Schaufel. Ich brauche eine Schaufel. Ich komme nicht vorbei. Ich bringe das zur Kindheit. Ich gehe jetzt zu gehen. Das ist okay. Ja, ich bin zu Hause. Oh, oh. Hm? Ja, wir dürfen uns nicht so weit voneinander entfernen. Das ist ungünstig. Oh, das ist hoffentlich nicht so gut. Ja, ja. Äh. Ich... ...mach nichts. Ja, wahrscheinlich, wenn du mit nach Hause kommen würdest. Ja, ich bin unterwegs. Äh, es würde... Ja, ich hoffe, ich werde ein bisschen verfolgt gerade. Ja, ich bin unterwegs. So, ich freue mich jetzt, als ich zu dir zurückkomme. Ich bin eigentlich mit der weniger gerade auf dem Weg. So. So. Okay. So. 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 Okay. ich finde alles aber nicht das was ich will und stopp da habt ihr es ja gerade und die aus soll es jetzt hier zu machen mal wie viele unterstürzen ich habe sie was mitgebracht ja ich habe ja aus ihrer sagt er macht die tue zu da ist so aus m natürlich nicht wo sind die hunde ich nicht wissen das ist weg keine ahnung oder einer soll wieder drin die aufstellen ich war mal steine ich wüsste er gibt mir mal das zeug was du da aus den kisten hattest steine ist irgendwo in einer ersten kiste das ist nicht das was ich brauchte aber relativ nah dran schade mit der klappen können aber ich hatte noch was wir durch im moment der film bevor es wieder verschwunden jetzt eigentlich mit den ganzen stein machen ich wüsste mal weil ich habe was wir über hier so etwas mal auf und gern das maßen rüstung ja habe ich so wir brauchen auf jeden fall eine schmiedung nimm mal dein bett hier weg dann wohl das wohl noch hast du stehen lassen aber nachher musst du es wegräumen ja aber nächstes mal würde ich sagen wenn wir wirklich jetzt lange jetzt war ich jetzt gleich einmal feiern jetzt fehlen mir noch ein paar steine das ist blöd w das w 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 Okay. So. 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 Das war's für heute. Das war Stärke, Vitalität, was war das andere? Autorität. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.